Hallo Leute, ich bin LeGentKiller und ich heiße herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich unter anderem mal so ein bisschen über den Revolver reden, aber zuerst wollte ich euch nur erzählen, ich muss mich erst entschuldigen, denn wir haben vorhin eine Runde Matchmaking gespielt und ich habe erst in der dritten Runde gemerkt, dass ich die Aufnahmetaste nicht gedrückt habe und dann dachte ich mir nachhinein so, ach komm, weil wir haben 16-1 gewonnen und dachte ich mir so, komm, dann lädt sie das Video trotzdem hoch, habe mir das Video nochmal angeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass ich vergessen habe, wieder einzustellen, dass er auch mein Mikrofon aufnimmt, denn ich habe vorher versucht, so ein paar Gameplays aufzunehmen und deswegen bin ich halt auf den Aufnahmen nicht drauf zu hören und dann dachte ich mir, ja, bringt auch nichts, wenn ich das hochlade und meine einige Stimmen auf meinem eigenen Kanal nicht hört, deswegen kommt das Video jetzt nicht und stattdessen dachte ich mir, mache ich mal schnell ein Team-Deathmatch, ich habe versucht, das Video zweimal live aufzunehmen, es hat gar nicht geklappt, dass ich immer wieder durcheinander gekommen bin, wo ich jetzt dran war, weil live zocken und halt versuchen noch dabei zu reden, ist jetzt noch nicht so meins, deswegen versuche ich auch mehr diese Kommentaries hier zu machen und ja, wie es schon angesprochen, heute wollte ich mal ein bisschen so über den Revolver reden und bis jetzt habe ich nur von einem gehört, der den voll geil findet, aber der spielt das Spiel halt auch nur so ab und zu und dachte, ja, ist doch voll schön, dass wir es reingemacht haben, ist doch voll geil, die Waffe und von allen anderen hört man nur, ja, das ist doch voll der Scheiß, das passt gar nicht rein in Counter-Strike, warum haben die das gemacht, das ist viel zu OP und ja, haben die die Waffe nicht getestet, das muss doch voll auffallen und die sind sich halt alle am aufregen, auch als ich gehört habe, der Revolver kommt raus oder ist rausgekommen, habe ich auch ein Deathmatch gemacht und man hat immer wieder nur, also immer wieder halt gehört so, ja, war viel zu OP die Waffe, boah, es gibt neue Waffe, Revolver und dann waren halt alle nur darüber am diskutieren und wie scheiße die Waffe doch ist, denn, ja, ich meine, mit dem Schaden, den die Waffe macht, dann ist, ähm, ich meine, ist ja der Hammer, was die Waffe für einen Schaden macht, ist ja die stärkste Waffe, ich weiß gar nicht, 115 Schaden oder sowas macht die und, ähm, ja, das, also die stärkste Waffe, dann hat die noch kein Spray-Pattern, was mich sehr gewundert hat, denn jede Waffe hat irgendwie ein Spray, ähm, hier in dem Spiel, die Deagle hat so einen Kummigen Spray, die hat so einen Spray und es regen sich halt einfach viele auf, dass sie einfach zu stark ist, unter anderem hat sie halt keinen Spray, wenn man links klickt, dieses links klickt, auflädt und, ähm, andere Waffen haben halt einen Spray und das regen sich halt viel auf, dass es sozusagen dann keine Echoes unten mehr gibt, denn, ähm, man kauft sich die Waffe 800, 850 Euro Dollar hat man immer, äh, dabei oder bekommt man halt immer, selbst wenn man die Runde verliert, selbst wenn man 0 hat, kriegt man immer, 850 hat man halt immer, Kevlar muss man gucken, ob man sich das dazu holt, ob sich das überhaupt lohnt und dann spielt man halt fast nur, nur mit der Waffe, ähm, was ich persönlich jetzt auch, äh, nicht so gut finde, man muss gucken, dass man den Schaden irgendwie macht, dass man irgendwie schwieriger macht, mit der Waffe zu treffen, irgendwas wird sich, weil wir da schon einfallen lassen und, ähm, ich denke mal so, in den nächsten 1-2 Wochen wird das irgendwie ein Patch rauskommen, ich bin mal gespannt, ich glaube jetzt am Wochenende sind doch wieder irgendwelche ESL-Matches und so, da soll ja auch mit den Waffen gespielt werden, wie die Profis, äh, mitspielen, ob die sich irgendwie einliegen, ja, wir spielen die Waffe nicht oder ob die das halt doch machen, ähm, was ich persönlich gut finde, gegen die Waffen finde ich so MG ist, irgendwas draufwaschen, denn wenn die einmal ihren ersten Schuss verballert haben, mit Rechtsklick, dann muss der Gegner schon ziemlich schnapp vor einem stehen und, ähm, sonst haben die halt kaum Zeit nachzuladen, ähm, am Anfang gab es halt noch so einen Bug, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, den habe ich auch nur durch andere YouTuber erfahren, und zwar, wenn man irgendwie mit Rechtsklick diesen schnellen Schuss gemacht hat, konnte man, ähm, ich glaube, Rechtsklick kurz gedrückt halten und dann Linksklick einmal kurz drücken, auf jeden Fall, sodass der Hahn, also praktisch dieses Aufladeteil, dass, ähm, das die ganze Zeit geladen ist, sodass man halt die Waffe gar nicht mehr laden braucht, das heißt, der ist direkt geladen und ihr könnt direkt, wenn den Gegner sieht, noch loslassen und müsst nicht erst aufladen, was halt für viele sich, oder wo sich viele rüber aufgeregt haben, das gleich ging auch, wenn man einmal geschossen hat, konnte man eher, also Nachladentasten, in meinem Fall ist das R, ich denke mal, äh, die meisten haben das eigentlich auf R von euch, ähm, ich muss mal gucken, ich sehe gerade, der Ausschlag ist ein bisschen hoch hier, nicht, dass ich die ganze Zeit übersteuere, ich gehe mal ein bisschen weiter vom Mikrofon in der Hoffnung, ihr könnt mich jetzt noch hören, ähm, ja, und viele haben es halt darüber aufgeregt, dass die Waffe so OP ist und mit den ganzen Bugs und Glitches, dass man halt gar nicht mehr aufladen braucht, einfach direkt um die Ecke, man kann im Lauf, man kann im Springen, im Gebirge, äh, man kann halt immer mit der Waffe schießen und die hat einfach so eine geile Präzision gehabt, ähm, da haben sich halt ziemlich viele drüber aufgeregt, ähm, dann gab es auch noch einen Smoke, ich weiß gar nicht, ob den auch so einige von euch, ähm, hab ich gerade Smoke gesagt, da gab es auch einen Bug halt mit der Smokegranate, und zwar, wenn man die Smoke geworfen hat und dann aus dem Spiel rausgetappt ist, bevor die Smoke aufgegangen ist, dann, ähm, und dann wird ja halt reingetappt hat, dann ist für einen die Smoke gar nicht sichtbar gewesen, das heißt, das war einfach nicht da gewesen, man konnte einfach durch die Smoke durchschießen, durchlaufen und, es ist keinem aufgefallen, ähm, ja, aber das ist schon gepatcht worden, das gleiche mit den Waffen, also mit dem Revolver, da haben sie jetzt auch rausgepatcht, dass man dieses Nachladen halt, ähm, oder dass man halt nicht nachladen, also dieses Aufladen braucht von dem Hahn, ähm, das haben sie auch wieder rausgepatcht, dann, ähm, was noch, ach, was noch drin ist, ist, ähm, das ist mir persönlich auch nie aufgefallen, aber ich hab den Revolver, so ein Matchmaking und so, halt nie gespielt, ist, dass, ähm, wenn man nachlädt, das Fadenkreuz oder der ganze Bildschirm so ein bisschen wackelt, was halt ziemlich komisch aussieht, ähm, und, ähm, ist mir persönlich vorher gar nicht aufgefallen, das hab ich halt bei ein paar anderen YouTubern gesehen, oder die haben das gesagt, und als ich dann vorhin hier das Gameplay, was ihr gerade im Hintergrund seht, das hab ich gerade einfach live aufgenommen, ist jetzt auch nichts so Besonderes, einfach nur ein Team-Deathmatch, das, ähm, ja, dann ist mir das halt auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob da noch ein paar Szenen kommen, ich seh das Gameplay gerade nicht im Hintergrund, äh, müsst ihr mal auf jeden Fall drauf achten, wenn ich irgendwann nachlade, oder so, dass der Bildschirm ein bisschen wackelt, und, ähm, ja, das war's eigentlich, glaub ich, auch so weit zu dem Thema von mir aus, jetzt dachte ich, wie lange hab ich schon noch, ich weiß gar nicht, das Gameplay, glaub ich 10 Minuten, ich bin jetzt hier bei meiner Aufnahme, 6 Minuten 20 ungefähr, deswegen dachte ich mir über, nehm ich so ein bisschen Zeit noch, drüber zu reden, wie die nächsten Tage ungefähr ablaufen werden, denn, ähm, heute ist Call of Duty, hab ich mir gestern oder vorgestern bestellt, hatten die halt bei Amazon für 42 Euro im Angebot, hab ich mir dann geholt, und, ähm, hab jetzt ein paar Runden gezockt, da werden wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage ein paar Videos zukommen, ähm, denn, ich hab jetzt schon, ich wollte ja eigentlich jeden Tag ein Video machen, ich glaub ich hab zwei oder drei Tage kein Video auf, äh, 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 beziehungsweise hochgeladen, weil ich einfach nicht weiß, was ich hochgeladen soll, denn Matchmaking zocke ich nicht so oft, und ich find so ein Team-Deathmatch in CSGO irgendwie voll langweilig, ich zocke das vielleicht ein, zwei Runden so vor Matchmaking zum Aufwärmen, wenn überhaupt, und, ähm, macht mir einfach persönlich keinen Spaß, dann find ich so Spiele wie Call of Duty einfach cooler zum Aufnehmen her jetzt, denn man macht halt, äh, tut das Spiel rein, Viertelstunde, also hat man halt ein gutes Gameplay, und bei CS musst du halt, ähm, wenn du Matchmaking halt machst, ein Team-Deathmatch macht mir jetzt keinen Spaß, die anderen Spiele machen halt, wenn man ein paar Kollegen hat, noch Spaß, aber ist halt der Unterschied, Call of Duty tust du rein, macht dir Spaß, bei CS find ich, macht eigentlich hauptsächlich Matchmaking Spaß, aber alleine find ich das auch langweilig, beziehungsweise dann gehen einem die Mitspieler meistens auf die Nerven, deswegen muss man halt noch gucken, dass auch noch Freunde online sind, und ist halt zum Aufnehmen, wenn man jeden Tag ein Video, ähm, aufnehmen will, halt auch nicht gerade sehr einfach, vor allem dann meine Kollegen eh meistens immer nur abends online sind, und dann noch Zeit für ein oder zwei Runden haben, weil die dann irgendwie zum Fußballtraining, Hockeytraining und so müssen, kommt halt noch alles dazu, und deswegen dachte ich mal, stelle ich euch mal ein paar Fragen, und zwar möchte ich gerne für euch wissen, was ihr gerne für Videos sehen wollt, ob ihr auch ein paar Matchmaking halt sehen wollt, werde ich natürlich hochladen, ähm, ob ihr halt ein bisschen CSGO sehen wollt, ach, ein bisschen CSGO, ein bisschen CSGO auf jeden Fall auch, ob ihr halt noch ein bisschen Battlefront sehen wollt, ein bisschen Call of Duty sehen wollt, könnt ihr mehr in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt, und dann würde ich halt auch noch gerne von euch wissen, wann es euch denn am liebsten wäre, dass ich die Videos hochlade, beziehungsweise freischalte, so 14 Uhr, 15 Uhr, keine Ahnung, 15, 30, ich denke mal, wenn ich in meine Analytics gucke, sind so zwischen 14 und 25, so meine Zielgruppe, und ich denke mal so, die meisten Schüler werden irgendwie so zwischen 14 und 15 Uhr zu Hause sein, und die anderen, ähm, wenn die von der Arbeit kommen, je nachdem, so zwischen, ich sag mal, 5 und 7, werden sie dann auch zu Hause sein, deswegen, schreibt mir mal am besten einen Kommentar, wann ihr am besten, ähm, wie viel Uhr halt ihr die Videos alle sehen wollt, dann noch, was ihr gerne für Videos sehen wollt, und, ähm, ja, wenn ihr wieder irgendwelche Tipps oder Tricks zu irgendwelchen Sachen haben wollt, irgendwelche Smokes, Flashes, was weiß ich, das kann ich alles gerne machen, ähm, ich muss halt gucken, ich kann halt nur noch bis Samstag aufnehmen, weil danach die Woche mein Bruder auch frei hat, deswegen muss ich halt gucken, dass ich jetzt in den letzten paar Tagen die Videos, bis Weihnachten alle aufgenommen bekomme, ähm, ich bin noch mit einer Seite am verhandeln, die mich sponsoren wollen, ähm, dass ich halt, ich mach ein Video über ihre Seite, also über die Seite von denen, und die geben mir halt das Geld für die ganzen Skins und Keys und sowas, würde ich dann halt ein bisschen Geld dafür bekommen, den ich natürlich dann wieder investiere, aber, ähm, ist halt wieder so eine Seite wie damals, diese zufälligen CSGO-Skins, und, ähm, ich muss halt gucken, ob ich das jetzt noch gebacken kriege, weil die haben gerade ein paar Probleme mit ihren Seiten, mit ihren Login, denn, ähm, es ist wohl gerade ziemlich viel Andrang auf dieser Website, es ist wohl jetzt, keine Ahnung, irgendwie, die haben mit G2A gepartnert, und, ähm, deswegen ist die Seite halt wohl ein bisschen berühmter geworden, und die ganzen Bots, die die haben, kommen da wohl mit nicht zurecht, aber ich versuche das Video halt, ähm, ähm, noch schnell hinzubekommen, beziehungsweise, ich muss halt drauf warten, bis die mir das Geld auf mein Konto drauf zahlen, damit ich halt mir die ganzen Keys und so da kaufen kann, und, ähm, das habe ich mir überlegt, so eventuell Weihnachten und einen Tag vor Weihnachten, äh, zu machen, denn sie wollten von mir ein deutsches Video und ein englisches Video haben, ähm, ähm, also könnt ihr euch wieder auf wunderschönes Englisch von mir freuen, und, ähm, ja, ich versuche diese Videos halt an Weihnachten und vor Weihnachten so zu machen, und, äh, je nachdem was drin ist, werde ich vielleicht, nagelt mich nicht drauf fest, vielleicht so ein kleines Giveaway machen, und irgendwie so ein, zwei Skins, äh, verschenken, ähm, wird natürlich nichts Großes sein, ich habe ja selber nicht so die Skins anzahlt, aber einfach nur, um euch so ein bisschen was zurückzugeben, und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, und, ähm, wäre halt nett, wenn ihr mir die Fragen in den Kommentaren beantworten könnt, dann bis zum nächsten Video, ciao.